Moin Sen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal DaddleBuddy mit einer neuen Episode. Heute wieder auch mal ein Programm. Super Mario Party für die Nintendo Switch. Und wir spielen auch wieder ein neues Minispiel. Wir nähern uns auch langsam dem Ende. Zumindest ich, wenn ihr es jetzt hier querbeet guckt, dann seid ihr ja irgendwo. Ich bin jetzt mit den Minigames hast du. Ich bin in der Vorletzt-Dreihe unterwegs. Und wir gehen direkt rein. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Würde mich mega freuen. Aber danke auf jeden Fall, dass ihr hier vorbeigelutzt habt. Und nun schauen wir mal, was uns heute bevorsteht. Oha, irgendwas mit Karten. Quartett komplett. Gucken wir mal rein. Auch wieder ein Teamwork-Game. Merk dir die Karten. Vier Herzen. Okay. Das kann helfen, wenn sich jedes Themenmitglied... Hä? Oh, ich hab komplett gepennt. Komplett. Okay, jetzt will er Peak haben. Wir üben das nochmal kurz. Ich geh ganz runter, ist mir egal. Sucht euch was anderes aus. Da müsste die KI eigentlich gut sein. Wenn ich es nicht komplett versemmelne, dann müsste der Lachs eigentlich laufen. Wir gehen rein in Quartett. Komplett. Wir kriegen eine Karte vorgesagt. Ich spiele selber Wario. Meine Kollegen Super Mario, Rosalina und Deddy Kong im Modus sehr stark. Was will er? Merkt ihr die Karten? Vom Herzen. Oben rechts zwei, unten links zwei. Okay. Hat sich gar nichts verändert. Dann nehme ich einfach die hier. Also die wurden nicht verschoben. Das war jetzt easy peasy. Okay, next. Peak. Eins, zwei, drei, vier. Hab ich. Ändert sich nichts. Können wir machen. Auch entspannt. War bisher jetzt noch nicht der Killer dabei. Aber der wird jetzt wahrscheinlich kommen. Wir haben vier Runden, nehme ich an. Was haben wir denn? Kreuz. Das ist schon schwieriger. Eins, zwei, eins, zwei. Oh shit. Das war fies. Ja. Also ganz ehrlich, Leute. Hätte ich jetzt jemand anders oben die erste genommen, dann wäre ich aber auch schon am Arsch gewesen, glaube ich. Okay, Karo. Oben links und unten rechts eine. Ja, okay. Das ist jetzt so schwer nicht. Ich gehe mal runter, Leute. Ja. Haben wir. Läuft. S-Rang. Alle geschafft. Geschafft. Fertig. Yeah. Wenn der Lachs einmal löppt, Leute. Das ist natürlich mega witzig mit menschlichen Kollegen, ne. Das ist mit KI, die schaffen es. Wir spielen auch sehr stark, habe ich ja schon gesagt. Die greifen hier nichts Falsches. Und das macht gerade bei diesen Spielen absolut Sinn. Das habe ich auch schon in einer anderen Folge erwähnt. Und überhaupt bei allen Folgen hier jetzt. Die jetzt sich darum drehen und dieses Teamwork. Weil du steuerst die Leute auch mit. Die machen keine Fehler. Kannst du nur gewinnen. Der Lachs Lörp. Leute, ich danke euch fürs Reinschauen hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen oben da. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Schaut gerne mal hier in meine anderen Playlists rein. Oder in der Playlist vorbei. Wo auch die Minispiele komplett aufgeführt sind. Hier ist es aber. Tschüssi und bleib gesund.